Wenn Sie mal ein tolles Geschenk brauchen für jemanden, der einen Weber-Grill hat, mit einem Loch in der Mitte, was sich Gourmet-Barbecue-System nennt, dann wäre doch mal ein tolles Geschenk, das Waffeleisen dazu. Ist das wie bei Muttern zu Hause? Das ist wie bei Muttern zu Hause. Vielleicht kennen Sie es noch, ohne ihn nahe treten zu wollen. Kochen auf dem Kohleherd oder auch Backen mit den Einsätzen dazu. Genauso funktioniert auch das Waffeleisen. Das kriegen Sie bei uns bei Franke in Nordheim.